Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 14. Juni Die Liebe ist nicht eifersüchtig. 1. Korinther 13, Vers 4 Wie merkwürdig! Wir sind doch der Ansicht, dass eine rechte, große Liebe ohne Eifersucht gar nicht auskommt. Kleine Kinder schon können jüngere Geschwister hassen, weil sie eifersüchtig sind auf die Liebe der Eltern. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Da kann uns aufgehen, dass hier von einer ganz anderen Liebe die Rede ist, als wir sie kennen. Wie schwer ist es doch, in dieser verwirrten Welt unmissverständlich zu reden. Dies Wort will selbstverständlich auch keine Waffe sein in der Hand ungetreuer Eheleute, die dem Ehepartner nur sagen, sie sogar in der Bibel steht, sei nicht eifersüchtig. Welch ein Missverständnis wäre das? Das ist offenbar ein schweres Wort und doch kommt alles darauf an, dass wir es verstehen. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass die Bibel oft sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Aber gerade dies, dass Gott eifersüchtig ist, kann uns alles klar machen. Eifersüchtig ist der, der den anderen besitzen will. Der einzige aber, der uns besitzen darf, ist Gott. Sein Eigentum sind wir, denn er hat uns geschaffen. Und er hat uns durch das Blut seines Sohnes Jesus erkauft zu seinem Eigentum. Darum kann Gott mit Recht eifersüchtig sein. Bei uns aber ist es Sünde, wenn wir den anderen besitzen wollen, als gehöre er uns wie unser Eigentum. Unsere Kinder, unsere Ehepartner, unsere Untergebenen sind nicht unser Eigentum. Sie sind Gottes Eigentum. Darum dürfen wir sie lieb haben, aber nicht wie Besitzer eifersüchtig sein. Die rechte Liebe will den anderen nicht besitzen, sondern für ihn da sein. Und wo man für den anderen da ist, hat Eifersucht keinen Platz mehr. Herr, lehre uns Recht lieben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.